Willkommen zu Rexer Milius, der planlosesten Sendung vom Universum mit Florian Rexer und Stefan Milius, die heute wieder einmal nicht wissen, über was sie reden werden, aber völlig optimistisch sind, da sind etwas in den Sinn und bei der Anfahrt ist mir tatsächlich eine Frage in den Sinn gekommen, habe dich nicht mit der konfrontiert, verwutscht dich garantiert auf dem linken Fuss. Das ist eine ganz ernsthafte Frage, auch wenn sie nicht so klingt, wieso bist du lustig? Beziehungsweise, also wenn man die lustig findet, beziehungsweise die Frage geht in die Richtung, wieso machst du eigentlich lustige Sachen als Schauspieler, Comedy, Cabaret usw. Hat man dir einmal nach dem Schauspiel schon gesagt, sorry, so die Romeo-Schiene oder so, du nicht, und dann musst du lustig werden, oder willst du das? Während du sowas sagst, schiessen mir so viele Gedanken durch den Kopf, dass ich fast einfreeze, weil im ersten Moment dachte ich, wäre es jetzt so geil, wenn du mir so eine Frage stellst, ich drücke auf den Knopf und der Sessel fährt so langsam runter. Herzlich Willkommen heute bei Sigmund Milius. Wir brauchen jetzt einen Stuhl jetzt nochmal, Technik, danke. Oder ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich jetzt so langsam anfangen sollte, und dann laufen einem die Tränen runter, wenn man das… Ganz ehrlich, ich habe mich tatsächlich in meinem Leben irgendwann mal gefragt, mache ich das, weil ich psychischen Knacks habe? Also es gibt ja so dieses, wir kompensieren irgendwas, ja, da muss ich mir die Antwort geben, ganz bestimmt. Und das andere wäre ja, weil ich so wahnsinnig bin, dass ich gerne die Leute unterhalten möchte oder zum Lachen bringe, dass ich irgendwas von habe, wenn die Leute lachen. Also unterhalten kann man aber auch ohne Lachen, unterhalten kann man auch ernsthaft. Eben, kann man auch ernsthaft, ja, aber dann wäre ich vielleicht Physikprofessor geworden oder Politiker oder so. Aber auf der Bühne kann man ja ernsthaft unterhalten. Das stimmt, finde ich furchtbar lang. Jeder Mann ist unterhaltsam. Ich glaube tatsächlich, dass es was mit mir macht, wenn die über mich lachen, bekomme ich so eine Art Bestätigung oder unmittelbare Bestätigung. Wenn ich jetzt was Ernsthaftes mache, ich habe auch immer im Theater St. Gallen, erinnere ich mich an Roman Schmelzer, der hat Toccato Tasso gespielt, das ist ein Hamlet-Schauspieler, das ist so ein ernsthafter Schauspieler. Turini, die Eröffnung, ist zwar eine Komödie, aber ich habe noch nie jemanden so krampfen sehen. Also das Spiel zeigt mal krampfen, der hat wirklich gekrampft. Also der hat noch nach der Probe weitergearbeitet, der hat mich gerufen, hat gesagt, wir gehen Samstag, Sonntag auf die Probebühne. Und ich habe diese Leute immer bewundert, also die das so können, also die auch sich daran aufgeilen, so ein Hamlet und Tasso, bis sie in ihren Eingeweiden so psychologisch was finden und die dann vielleicht auch gar keine Reaktion brauchen. Und du wärst zu faul dafür quasi? Ich glaube, ich wäre zu faul, aber es gibt auch ein Theater in Zürich, Theater Winkelwiese, die machen zum Beispiel momentan, also ich muss es ja finden, weil den Titel, den habe ich mir nicht merken können, aber so ähnlich wie Frösche, die einsam an der Wand sitzen. Und eine szenische Lesung, drei Stunden 45 ohne Pause. Solche Sachen gibt es, ja. Okay. Und da gibt es Sachen und da gibt es Schauspieler, wie mein Freund Hans-Rody Spüler, kann ich so sagen. Ich habe mal zu ihm gesagt, du spielst sowas, du liest sowas. Ist euch nicht aufgefallen, ihr hattet nie mehr wie drei bis neun Zuschauer und das geht so lang und es ist furchtbar. Und ich bin nicht der einzige Kollege, wir sind mal aus Spaß immer dahin und, oder sagen wir nicht aus Spaß, wir wollten ihn besuchen und eine Ehre erweisen und wir sind verreckt, wir sind wirklich verreckt und er fand das richtig geil. Also er hat sich daran aufgefallen können, dass er so ein Stück spielt, drei Stunden 45 und sich den Text merkt und er ist da aufgegangen in Energien und alles. Er ist ein großartiger Schauspieler, das war auch bewundernswert zu sehen, aber es war grauenhaft, es war viel zu lang und das hätte er zu mir gesagt, ich mache zu Hause ein bisschen, ich zeige dir, was ich alles kann und wir trinken ein paar Bier. Wäre es vielleicht erträglicher gewesen. Aber das ist ja bei Kunst schon lange so ein Trend, etwas, was viele Leute anzüchtert, ist ja gar keine Kunst. Es kann ja keine Kunst sein, wenn es den Leuten gefällt. Es ist so ein bisschen die Wahrnehmung von einigen Künstlern, auch bildenden Künstlern oder so. Meine Güte, wenn meine Sachen im Publikum gefallen, dann bin ich kein Künstler, mache ich die Angst. Aber rechtfertigen sich nicht ganz viele, sage ich jetzt auch Museen oder Institutionen damit. Mir sind wichtig, du verstaust es nur nicht. Ja, genau. Wenn du nichts damit anfangen kannst, ist das dein Problem. Das Werk kann sein, ich wäre eigentlich perfekt. Und du auch, du bist selber schuld, wenn du das Theaterstück nicht begriffen hast. Aber da fällt mir was ein, Stefan. Ich stand mal im Theater St. Gallen im Foyer, es war eine Oper und dann höre ich, wie zwei Frauen sich direkt draussen unterhalten und sagt die eine, und wie hätte es dir jetzt gefallen bisher? Beide haben einen Kübel in der Hand gehabt und sagt die eine, ja, verstanden habe ich nicht, aber das ist halt Kunst. Okay. Und dann habe ich nachher für mich gedacht, das ist so ähnlich, wie wenn ich ein Brot kaufe beim Bäcker, gibst du es deinem Kind und sagst, schmeckt es? Und das Kind sagt, nein, wirst du satt? Nein. Und dann sagst du, ist aber Brot. Ja, das ist so ein bisschen, aber das ist vom feinen Bäck. Ja, da darf man nichts sagen. Man kann nächste Woche dann dafür im Büro sagen, ich war bei der Oper, das läuft dich da schon irgendetwas? Ja, oder ich war vor kurzem in Zug und dachte, jetzt esse ich mal Zuger Kirschtorte. Ja, dann bin ich in das Lokal, wo man Zuger Kirschtorte isst und gehe rein und es war furchtbar. Die war furcht trocken, also wirklich, ich habe gesagt, Zuger Kirsch ist doch irgendwie ein bisschen furcht und so. War furchtbar trocken, hat nach nichts geschmeckt und hat irgendwie 6 Franken 50. Natürlich muss die furcht sein, also ich drücke die einmal aus und öffne den Kirsch und gebe der Ort wieder Retour, das macht ja keinen Sinn aus. Das ist ein guter Tipp, das war einfach schlecht. Aber jetzt, weil du so verschrocken bist, als ich eingestiegen bin mit meiner freudischen Frage, möchte ich da noch weiter. Ich bin ja noch ein bisschen ausgewichen, ne? Ja, darum möchte ich weiter in dieser wunderbaren. Du hast gerne, wenn die Leute lächelt und so. Bist du ein von diesen... Als Kind war ich dick. Ich wollte jetzt keine Frage, in der Schule bist du auch der Pause gelogen gewesen. Was heisst, auch als Kind war ich dick? Ja. Ja, das kann man sich heute nicht mehr... Nein, die Menge verändern sich. Nein, du reagierst gar nicht, aber ich war als Kind dick und ich glaube, es war so, er ruhe in Frieden. Böni, mein bester Freund damals, ich kam von Tuttling nach Möhringen, das ist ungefähr so, ich weiß nicht, wie es hier ist, wenn du von Zürich nach St. Gallen ziehst als Kind. Und ist das schlimm? Ich glaube schon. Umgekehrt steht immer schlimmer vor. Das ist doch schlimmer. Das ist ein Galler, der nach Zürich kommt in die Schulklasse. Und ich wurde cancelt, hatte keine Freunde und so, obwohl das nur vier Kilometer auseinander ist. Das eine ist Schwaben, das andere ist Baden. Und ich war halt ein Schwab in Baden, obwohl ich in Baden geboren bin ursprünglich. Und auf jeden Fall hatte ich nur einen, der hat sich vor mich hingestellt. Und das war einer, der war wirklich lustig. Der war wirklich lustig. Der war ein Typ Otto Walkes. Sehr talentiert. Der hat sogar Ottifanten gezeichnet. Und über den hat man einfach gelacht. Und ich glaube, bei dem habe ich ein bisschen abgeguckt, weil ich gemerkt habe, der ist lustig. Und das war jetzt auch nicht der Größte, der Kleinste, der Stärkste, sondern er hat es einfach mit dem Humor gemacht. Sowohl bei den Lehrern als auch bei den Schülern. Und das habe ich abgeschaut. Und dann habe ich die Schule gewechselt und habe das mitgenommen. Und diese Taktik hat gut funktioniert. Er ist leider sehr früh gestorben. Und weil ich immer dachte, der wird mal ein großer Komiker. Also der hatte wirklich Talent. Und ich glaube, ich habe es wie nachgemacht damals, dass die Leute lachen. Ich habe gemerkt, das funktioniert. Dann wird es schon in der Schule nicht gehänselt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich nur der Dicke war, der irgendwie gehänselt wurde. Das war nachher auch Gymnasium und so. Das war dann viel besser. Da haben sie mich auch geschlagen. Nein, also ich glaube, dass das etwas war, was ich so entdeckt habe für mich. Ich habe mir irgendwann im Leben mal die Frage gestellt. Ich habe sogar so psychologische, als Schauspieler habe ich mal gelesen, man macht auch mal eine Psychoanalyse, habe ich gemacht. Und bin tatsächlich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich wirklich gerne Menschen unterhalte. Ich glaube, das ist auch das Geheimnis, warum es bis heute so funktioniert, zumindest bei Live-Auftritten. Ich unterhalte die Menschen gerne. Ich bringe sie auch wirklich gern zum Lachen. Das Einzige, was ich heute merke, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, es gibt manchmal Phasen, und das finde ich erschreckend, da habe ich gar keine Lust zu unterhalten oder aufzutreten. Muss es dann, und da habe ich auch schon gestaunt, dass wenn ich nach einer längeren Phase, wo ich dann merke, ich will eigentlich am Samstag gar nicht auftreten, und ich trete auf, dass es dann trotzdem funktioniert. Also irgendwo ist es doch Beruf, den man dann gelernt hat, verinnerlicht hat, weil man funktioniert dann. Aber kennst du das Muse? Man braucht Muse, Muse-Stunden? Ja, ist gleich, wenn ich jetzt in ein Populärfeld überschwenke, weil Zuschauer, gewisse Themen züge ich bei den Zuschauer, und ich kann da eine Analogie zu Sex machen. Die Sexberaterin vom Blick hat mal geschrieben auf die Frage, ja, mein Mann und ich haben beide eigentlich so selten Lust und so, und sie sagen, fang einfach mal an. Das kommt dann schon. Das ist wie wenn du keine Lust hast, du auf die Bühne gehst, du gehst auf die Bühne und merkst dann, ah, jetzt komme ich in Drive-In, also das stelle ich mir auch endlich vor. Ja, oder, was Sex angeht, ich habe das Gefühl, vielleicht sollte man einfach sich nicht so vornehmen. Also dieses, immer wenn ich in meinem Leben versucht habe, gut zu sein, hat es nicht funktioniert. Ich glaube, das ist beim Sex ein ganz großes Thema. Du probierst gar nicht erst zum Gut mit dem Sex, okay? Ich hoffe, meine Frau schaut hier nicht zu, aber es ist, nein, ist doch so. Also wenn du jetzt versuchst, besonders witzig zu sein, funktioniert. An dem Abend, als ich ein Swiss Comedy Award gewonnen habe, ich schwöre es dir, ich hatte null Bock, null Ambition gut zu sein, im Gegenteil. Ich habe gedacht, ich mache gar nichts, ich fliege in der Pause raus und gehe zu meiner Frau. Ich war so verliebt damals und ich glaube, in der Nacht ist auch mein Sohn entstanden. Auf jeden Fall, das ist jetzt sehr indiskret, aber kann man das rausschneiden? Nein. Auf jeden Fall, da war es wirklich so, dass ich gedacht habe, komm, lass es mich einfach gehen. Und da sind so gute Leute dabei, habe ich gedacht, die sind alle lustig. Und ich glaube, so kann es funktionieren, wenn du was gerade loslässt oder gar nicht willst. Wie im Lotto. Immer wenn ich drauf schaue und denke, ah, wieder 280 Millionen im Jackpot, geh mit dem Schein hin, kannst du sicher sein, dass du nicht gewinnst. Da bin ich mir ganz sicher. Und weißt du, was mir mal jemand gesagt hat? Wir hatten es vom Thema Tod. Und das ist ein Chefarzt von einer Schweizer Klinik. Und ich habe ihn gefragt, kannst du mir nicht irgendwas sagen, so zum Thema Tod, so die Wahrscheinlichkeit, ich habe auch Angst vor dem Tod, vor allem, wenn du Kinder hast. Und dann sagt er, eins kann ich dir jetzt schon sagen, dann, wenn du denkst, dass du stirbst, stirbst du nicht. Das hat er rausgefunden. Finde ich eine super Geschichte, weil immer wenn ich Schiss habe und denke, oh nein, stürze mal ab oder nein, bin ich schwer krank oder nein, überlebe ich es. Da erinnere ich mich an diesen Satz, wenn ich denke, dass ich sterbe, sterbe ich nicht. Es scheint mir aber relativ anstrengend, den ganzen Tag zu denken, ich sterbe sicher, nur zum Verhindern, dass man stirbt. Das ist jetzt vielleicht nicht so... Nein, du vergisst ja zum Glück wieder. Also wenn es dann passiert, sterbe ich in einem Moment. Ja, oder im Flugzeug sitzen und sich am Sessel festklammern und denkst, sterbe sicher, nur damit du nicht stirbst. Du kannst auch, das ist auch der Altspruch, du kannst auch, wenn du Angst davor hast vor Terroranschlägen oder so, du kannst auch selber eine Bombe mit ins Flugzeug nehmen, weil statistisch ist die Wahrscheinlichkeit von zwei Bomben extrem klein. Also wenn du sie schon mitnimmst, hat es sicher keine andere Bombe dabei. Und wegen dem anderen noch, du hast den Chefarzt, was, habe ich das richtig gehört? Du hast ihn nach der Wahrscheinlichkeit und so vom Tod gefragt, ich sage es ungegangen, aber das ist hundertprozentig. Also ein Hund, ein Hund, da musst du nicht Chefarzt sein, um das zu wissen. Entschuldigung. Das ist einfach etwas, weißt du, man beschäftigt sich ja mit, wenn man älter wird. Man kommt in so ein Alter, wo man plötzlich merkt, statistisch gesehen, ich habe ein Buch in der Hand gehabt, kennst du das? Was liest du zurzeit? Das wollte ich dich heute fragen. Hast du Zeit zum Lesen und liest du überhaupt noch? Ich meine, wenn man sich so viel mit Texten beschäftigt wie du, ist für dich Lesen Entspannung? Kannst du überhaupt noch lesen? Ganz ein heikles Thema. Ich bin lesend aufgewachsen. Wir müssen wissen, wenn man vielleicht mal, wenn ich Tochter schwärme, es gibt so einen DNA-Test. Da kannst du drauf spucken und auf Amerika schicken und dann erfährst du 4% Indianisch, 3% so und so, deine Herkunft und so. Vielleicht sind wir eben irgendwie verwandt miteinander, könnte man es herausfinden. Nein, bitte. Da kommt eine Tochter. Papa! Ich habe eine ähnliche Kinderbiografie und das bringt mich eben zum Lesen. Ich meine, wenn du einfach immer der Langsamste bist im Sport und beim Fussball, bei der Mannschaftswahl, immer als Letzter gewählt oder so. Das war bei mir auch so. Kennst du das? Deshalb sind wir lustig geworden. Die Leute gucken zu und lachen überhaupt. Warum habe ich gelesen? Weil dort habe ich mich sicher gefühlt. Aber jetzt lese ich viel zu wenig. Es ist furchtbar. Was hast du gelesen als Kind? Ja, natürlich. Kugelblitze? Also die ganze TKKG-Reihe, dann natürlich Karl May. Als welchen hast du dich immer gesehen bei TKKG? Klösschen. Es war natürlich Klösschen, ich auch. Eben, wir waren Klösschen. Ja, natürlich. Das ist das Schreckliche. Und der hatte ja auch den Humor. Der hat sich auch mit dem Humor als Abwehrreflex. Und heute lese ich eben zu wenig, was auch meine Position erschwert, wenn ich meinen Kindern sage, lesegefährlichst. In eurem Alter habe ich nichts anderes gemacht, als zu lesen. Und die sagen dann immer sehr schliessig, ja, es hätte ja auch noch kein Handy gegeben. Es hätte auch kein YouTube gegeben. Hättest du gelesen, wenn? Und ich muss dann auch mal zugeben, wahrscheinlich hätte ich ja nicht gleich viel gelesen. Ich glaube, deine Kinder sind dann kleiner. Ich bin gespannt, wie du mit dem umgehst, wenn deine Kinder das, was dich selber so antreibt, nicht interessiert. Die lesen keine Bücher. Also ich merke es ja jetzt schon. Weisst du, du kommst mit etwas an und denkst, hey, schau mal, guck mal, das hat der Papa, also da muss ich jetzt bei jemandem klauen. Und zwar Robbie Williams kam nach Hause, hat er erzählt. In einem Interview, er kommt nach Hause und hat gerade dreimal hintereinander 100.000 Leute in, wo war es, Liverpool oder so, unterhalten. Kommt am Abend noch nach Hause zu seinem Kind und sagt, hier, guck mal, Papa war jetzt drei Tage weg. Papa hat dreimal 100.000 Leute. Und die Kleine sagt, hast du uns Milch mitgebracht? Mama hat dir noch geschrieben. Und er hat es vergessen. Und das Kind sagt, oh Mann, dreht sich um, geht ins Zimmer, schlägt die Tür zu. Er hat versagt, natürlich. Und er hat völlig versagt, weil er hat drei Tage je 100.000 Leute unterhalten, vermutlich das Geld für die nächsten fünf Jahre der Familie verdient damit, kam er noch eine CD raus. Aber er hat eine blöde Milch vergessen zu kaufen. Und deshalb ist er der Loser schlechthin. Und eigentlich ist es doch gesund. Entschuldige, die Kinder haben recht. Also in dem Moment hat das Kind recht und zeigt uns auch wieder, was hat eigentlich wirklich Sinn. Hier fünf Sendungen produzieren oder einen Spaziergang machen mit den Kindern. Vor allem wenn du dich auf Kinder einlässt, die sind ja so erschreckend ehrlich und direkt. Also ich meine, du fragst mich jetzt, bist du lustig, wenn mein Kind mich fragt, Papa, warum bist du so dick? Ui, dann denke ich ganz anders. Also dann muss ich auch die Antwort geben. Ja, weil Papa später in den Kühlschrank geht. Ja, weil Papa zu faules Sport und so einzuplanen. Also wirklich, da geht es schon los, weil er sich nicht so gerne bewegt. Und dann denkt man nach. Dann kommt wieder die Frage, wie lange lebe ich? Wird vielleicht auch was bringen. Wobei, da denke ich auch jedes Mal, es gibt doch Menschen, die machen gar nichts. Ja, also so sportiv und so. Und die werden uralt und rauchen vermutlich noch Kette. Und ist das vorbestimmt? Keine Ahnung, wie du sagst. Also ich hatte im Flugzeug noch nie den Gedanken, so jetzt sterbe ich gleich. Ein lebenslanger Verzicht nur zum möglichst vielen Jahren aufeinanderreihen, nicht unbedingt. Aber apropos nochmal zurück zu den Kindern und den Büchern. Ich hoffe auch, dass meine Tochter das nie sieht und was wir da jetzt besprechen. Aber ich gebe jetzt die Intimität den Gleichpreis. Sie hat auf Netflix irgendeine Serie gesehen. Sie schaut momentan noch so LGBTQ-Sachen. Also wenn Luther Heteros das erträgt, sie nicht. Das muss irgendwie so. Und dann hat sie sie geschaut und irgendwann hat sie herumgegoogelt und herausgefunden, es gibt eine Bücherreihe zu dieser Serie. Und dann kam sie und sagte, ich möchte Bücher lesen. Und ich dachte, wow, wow, wow. Okay, es ist ein Umweg über Netflix, aber sie ist bereit, ein Buch zu lesen. Cool. Und dann haben wir das bestellt zum Abholen im Bücherladen in St. Gallen, weil es den bei uns Lokal nicht gegeben hat. Und das Buch habe ich bestellt und es habe mich vor ein paar Tagen abholen. Es ist so dick. Es hat Hardcover. Und es besteht aus Bilder mit Sprechblasen. Es ist ein Comic im Buchform. Und es war alles wieder dahin, mein ganzer Stolz. Sie liest ja schon, es hat Sprechblasen. Ich habe gemeint, es kommen jetzt ein 300-Seiten-Buch, das sie liest. Aber du wirst sehen, es wird die Zeit kommen, da liest sie. Dann liest sie vielleicht auch das. Momentan ist ja einer der grossen Renner, ich weiss auch nicht warum, Putin. Es gibt so ein dickes Buch, das steht in jeder Buchhandlung, ist mir aufgefallen. Aber so ein Teil, so ein Buch, wo ich dann wirklich, ich habe dann sofort gegoogelt, ob es das als Zusammenfassung YouTube gibt, gibt es übrigens auch. Aber Bücher, ich habe eins, ich weiß jetzt nicht mehr den Autor, sind vier Bananen drauf. Und ich habe das Buch gekauft, weil vier Bananen drauf sind. Und zwar eine junge, ein bisschen ältere, eine alte und eine verschrumpelte. Und das Buch heißt 4.000. Und 4.000, der Journalist, der das geschrieben hat, hat sich damit beschäftigt, wir Menschen leben im Schnitt, wenn wir 80 Jahre alt werden, 4.000 Wochen. 4.000 Wochen, das ist nicht so viel. Wenn du die 40 überschritten hast, lebst du noch knapp 2.000 Wochen. Hör bitte auf, danke. Ja, das sind 2.000 Wochen. Dann habe ich angefangen, das zu lesen. Und was mir aufgefallen ist, es ist einfach blutdeprimierend. Jede Seite, die ich lese, es geht um Zeitmanagement. Und eigentlich ist die Zusammenfassung von diesem Buch, wenn du weißt, du hast nur noch 2.000 Wochen, lebe doch einfach drauf los. Und ich finde es immer auch krass, wir suchen immer Antworten. Oder ich, ich weiß ja nicht, ob du sie suchst. Aber ich suche ständig, ich suche eigentlich immer wieder, frage ich mich, mehrfach die Woche, gibt es ein Leben nach dem Tod und warum sind wir da? Ich google das sogar. Ich google sogar, Universum, schwarze Löcher, Ursprung des Universums. Macht ihr das auch zu Hause? Ich weiß es nicht. Ich mache das. Warum werden die Sendungen mit dir immer so... Ich frage mich, ich frage mich, du bringst es immer auf die deprimierende Phase. Aber ich frage mich, wie so das vier Bananen auf dem Cover kalt. Also soll das Leben quasi, wie man verschrumpelt wird mit der Zeit symbolisieren oder was? Ich vermute, mich hat es angesprochen. Ich habe es gekauft. Ich habe es nur gekauft wegen den vier Bananen auf dem Cover. Ein Steak hätte ich jetzt noch nachvollziehen, aber vier Bananen auf dem Cover... Ich als Veganer, doch kein Steak. Okay, gut. Ja, das ist... Nein, also... Fibarn, du bist ausgewichen. Was liest du? Liest du was? Nein, im Moment... Ich habe jetzt gerade ein eigenes neues Buch am Abschluss. Ich bin jetzt ziemlich bücherschreibwütig. Du liest deine eigene Biografie? Nein, ich habe sie geschrieben, aber nicht einmal die lesen meine Kinder. Und sonst lese ich wirklich... Für Ferien habe ich einen E-Reader, einen Kindle natürlich. Wie fängt deine Biografie an? Ich wollte niemals Kinder haben. Mach doch das, vielleicht lesen sie es dann. Nein, aber sie spielen schon eine Rolle. Aber sie werden es nie herausfinden. Das ist wirklich furchtbar. Und sonst bin ich so... Ich bin Unterhaltungs-Trash-Leser, also Stephen King und so. Ich bin wirklich... Ich lese keine Sachbücher. Ich lese keine philosophische Abhandlungen. Die liegen nur auf dem Nachttischchen. Aber es sind noch so Hohlkörper mit einem Cover drauf. Ich glaube, Stephen King hat aufgehört, Horrorbücher zu schreiben, seitdem die Welt sich in so ein Horrorszenario verwandelt hat. Ich habe übrigens auch für den Einmal nicht mehr genug Zeit. Ich habe auch immer behauptet, er schreibt keine Horrorbücher. Er schreibt... Der Horror ist nur ein Transportmittel. Oh Gott... Das ist seine Botschaft, weisst du. Ich muss jetzt irgendwie... Bätestens nach Friedhof der Kuscheltierin. Kann man das wieder nehmen. ... meinen intellektuellen Anspruch noch ein bisschen festigen. Aber ich habe tatsächlich sehr gerne... Oder John Gresham oder wirklich einfach gute Stars gut erzählt, das lese ich. Ist auch unterhaltsam. Die Firma und wie es alles heisst. Finde ich immer gut gemacht. Hat ein fixes Schema. Aber ich finde es bewunderswert, wenn jemand nach einem fixen Schema wirklich immer wieder etwas raus hauen, das sie fesseln. Aber ist es nicht das, was uns immer wieder beruhigt? Dasselbe. Die Leute sitzen zu Hause, gucken Milieus an Rexa und denken entspannt. Genau. Ich höre denen einfach zu und so. Ich glaube, das brauchen wir. Das sind Rituale. Genau. Und das Ritual schliessen wir jetzt demnächst ab. Und wieder einmal haben wir es geschafft, über nichts zu reden und gleich etwas gesagt zu haben. 20 Minuten unserer Lebenszeit. Und wir leben noch. Ja, ja, eben. Wir werden in diesen 20 Minuten sterben können. Wir haben wieder 20 Minuten vergüben. Und das mit einem Mann, der permanent Angst hat, dass er sowieso bald tot umkommt. Das tut mir wahnsinnig leid. Also jetzt werde ich nicht sterben. Weil ich glaube, jetzt... Ich habe ein bisschen Angst, habe ich jetzt schon. Gut, dann bleibst du uns noch erhalten und dann kommen wir nachher auf ein Bier gehen. Das freut mich doch sehr. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Rexor Milius. Planlos. Aber hoffentlich nicht ohne Inspirationen für Ihren Alltag. Sie haben vielleicht Lust bekommen auf Bananen. Danke, Florian Rexor. Oder Sie wissen jetzt, wie Sie gar nicht sterben. Durch permanente Angst vor dem Tod. Ich glaube, in dem Sinne haben wir... Hülle. Banane. Banane ist eine Hülle. Die Hülle. Ah, die Hülle. Genau. Die sterbliche Hülle. Die sterbliche Banane als Symbol für die sterbliche Hülle. Und mit dem verabschieden wir uns gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.